hallo und willkommen liebe leute bei den sicherheits salamander wir holen jetzt gerade noch einen freund von uns ab und dann sehen wir uns im mönchengladbach im kometzine center einen schönen film an und zwar mace runner zu diesem film werden wir später noch einen review liefern mit kein spoilern oder sonst irgendwas sondern einfach nur wie uns der film gefallen hat ob es sehenswert ist oder nicht und sämtliche andere sachen dann bis gleich tschüss jo hallo liebe freunde willkommen zurück und zwar wir haben jetzt den film mace runner erfolgreich hinter uns gebracht und was man als allererstes mal sagen muss wirklich der film ist spannend und hält die gesamte spannung bis zum ende ja wie schon gesagt worden in dem film wurde ein riesen budget ausgegeben und sie sagten wenn dieser film erfolgreich wird wird für den nächsten teil und danach den teil noch mehr ausgegeben wer die bücher kennt es gibt eine trilogie von büchern von dem film und ich muss sagen der film ist wirklich spannend ich wusste bis vorhin gerade gar nicht dass es dazu bücher gibt also ich werde mir jetzt auf jeden fall mal holen werde ich euch raten wenn ihr den film gucken wollt wer weiß bücher sind meistens spannender als der film und ja meine beurteilung zu dem film ist er war sehr awesome spannend und enthält nicht wie irgendwelche anderen actionfilme irgendwelche love stories am ende oder sonst irgendwas nein er beurteilt ja beinhaltet ja spaß action und hat so ein paar comedy sachen und so ein paar sachen wo du denkst ist es gerade wirklich passiert was diese momente die bauen sich im film immer mehr auf und das macht den film halt spannend und vor allen dingen die schauspielerinnen richtigen leistungen waren top ja wie in einer rolle eines jungen der hat die rolle super gespielt man hat am ende gar nicht gedacht dass es so kommt und alles das war so geil der film also ich lege ihn euch ans herz wenn ihr den gucken wollt tut es für jeden der spannung lebt und der love stories hast das ist ein film für euch ja okay das war's mal wieder mit den sicherheitssalamandern haut rein bis zum nächsten mal ciao